Der Unfall hat sich kurz nach 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Bamberg auf Höhe der Anschlussstelle Berg-Rheinfeld-Schweinfurt ereignet. Der dunkle Renault war dort aus noch völlig ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleinwagen wurde dann an einer Böschung in die Luft katapultiert und hat sich dann noch mehrere Male überschlagen. Der 21-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist nach unseren bisherigen Erkenntnissen kritisch. Weil die Unfallursache bislang noch völlig unklar ist, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch ein Sachverständiger eingeschaltet. Meine Kollegen von der Verkehrspolizei erhoffen sich aber auch Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die den Unfall vielleicht beobachtet haben. Wir bitten mögliche Zeugen dringend, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck zu melden. Wir bitten mögliche Zeugen dringend, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck zu melden.